Da kommt einer. Er mestert wie seine Mutter. Habe ich. Er mestert wie seine Mutter. Habe ich. Jake, so, schau. Hier. Da kommt er an. Oh mein Gott, meine Mina hat ihn geäfft. Andere Seite. Habe ich. Bruder, beide. Beide! Nein, es war... Teamate. Oh mein Gott! Der ADS, aber... Jake, hinter dir. Links. Habe ich. Ich kenne mal nicht, okay? There is one shot. Yo, ihr Harams. Was geht ab? Wieder ein neues Gameplay, beziehungsweise zwei Gameplays. Wir spielen hier Multiplayer auf der neuen Map. Richtig, richtig geile Map, muss ich sagen. Er erinnert mich irgendwie an Nuketown. Und ich muss aber sagen, es gibt so eine Position. Es ist richtig, richtig ehrenlos dort. Beziehungsweise, was heißt ehrenlos? Es ist schwer, dort jemanden rauszuholen, wenn er dort campt. Ich zeige euch einfach mal zwei Gameplays. Es gibt ja diese Spieler, die so spielen. Und diese Spieler, die so spielen. Ja, manche sagen, das ist taktisch. Manche sagen, das ist campen. Schaut es euch einfach an und schreibt es mir in die Kommentare, was für Typ ihr seid vom Spielen her. Und schaut es gerne vorbei. Wir streamen täglich auf Twitch, auf TikTok und auch jeden Tag Content hier auf YouTube. Lasst einen kostenlosen Abo hier. Vielen Dank für den Support dafür. Und jetzt, wie gesagt, viel Spaß bei den Gameplays. Heit! Jake's the cake. Jake's the cake. Was? Jake's the cake. Auf die andere Seite, also rechts von uns müssen wir kommen. Und wenn du rechts rüber hast, musst du aufpassen, weil die kommen ja von links zur andere Seite, links rüber. Also rüber laufen, links rein aimen. Sonst bist du zu langsam. Die sind da, die sind schon da, Jake. Die sind schon da. Da. Hab ich's? Noch ein, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Jetzt. Andere Seite, Jake. Die spawnen. Ah, nein, nein, pass. Mine. Ich schau da. Ja, ja, eine Mine auch zum Beispiel hier, Jake. So, schau. Hier, da kommt er rein. Oh mein Gott, meine Mine hat ihn gehaftet. Noch eine Mine rein, Jake. Mine reinballern. Mine, wichtig, richtig. Andere Seite. Hab ich, Jake, bei dir? Oh. Nee, ich bin auch tot, Jake. Aber schnell ist nachladen. Da kommt einer, Jake, da kommt einer. Hab ich's, sehr schön. Mine rein. Da kommt einer, Jake. Jake, Jake, Jake. Oh mein Gott, du hast. Mein Arsch gerettet. Mine rein. Das war keine Ahnung. Alles gut. Noch eine Mine rein. Deswegen liegt da Mine rein. Die wollen immer da reinlaufen. Ich schau links. Da kommt einer. Er messert wie seine Mutter. Hab ich. Er messert wie seine Mutter. Hab ich. Mine, Jake. Mine, Mine. Mine reinlegen rechts. Sonst pushen die. Hast du schon. Okay, ich schau links. Rechts, rechts, Jake. Bei dir rechts. Mine. Musst Mine da rein. Nee, da kommt einer. Hab ich. Mine rein. Bruder, gleich, gleich kommt Killstreak. Gleich kommt Rasierungsmodus. Links, links, Jake, habe ich. Links, links, hier habe ich. Sehr schön hast du. Links, links, die kommt von Versuchung von Links. Pass auf. Du musst nur rechts schauen. Am Gang, am Gang, am Gang. Am Gang, am Gang. Links, links habe ich. Bruder, einfach Packet Burst, während ich auf ihn schieße. Was ist das? Drohne habe ich vielleicht draußen. Drohne habe ich vielleicht draußen. Drohne habe ich vielleicht draußen. Ich habe verbesserte gleich. Warte. Ich habe gleich verbesserte. Noch ein, noch zwei, drei Krills, warte. Rechts, habe ich. Ich brauche Hilfe, rechts. Rechts, rechts, rechts. Der Mist hat mich. Du kleiner Bastard. Du erlose Hundesund. Fick dich. Fick dich. Alles machen diese Pisser kaputt mit dir. Rechts. Du lächerlich, die sind Messern in diesem Spiel. Ich schaue, das ist so lächerlich. Genauso den Worsl und Messern, die sind so bodenlos in diesem Kackgame. Fick dich, geh weg von mir mit dem Scheiß Messer. Rechts, rechts, rechts von dir. Rechts. Ja, noch eine Mine rein. Ich schaue links. Ich schmeiße Trophysysteme in. Ich aim ab. Er messert mich. Nicht, ich will nicht gemeistert werden. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Ich will nicht gemerzert werden. Die kommen links, 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 links. Links, 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 links. Ich habe... Rechts, rechts, rechts. Ich habe ihn. Bruder, ich rasiere. Rechts, rechts, Miner, Miner, rechts. Ich bin so ehrenlos. Miner, Miner, rechts. Da kommt einer rein. Da kommt einer rein. Man hat sich das. Da habe ich. Trophysystem. Halten Miner rein. Miner rein. Ja, wir haben geschützt hier in Jack. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Links ist er geschützt. Schau mal. Da kommt rechts, rechts. Ja, ja, komm da. Liegt da Miner einfach rein. Ich brauche Muni gleich. Ein fucking Munition. Mitte, 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 Mitte habe ich. Rechts, rechts, die werden von rechts kommen. Die werden von rechts kommen. Mine, hast du Muni? Scheiße, ich brauche Munition. Schmeiß raus, schmeiß raus. Schmeiß raus. Nämlich. Du musst halten. Rechts. Bruder, links, 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 links. Pass auf, links. Rechts glaube ich nicht. Mitte, 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 Jack. Ja, 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 das ist ein Gang, das ist ein Gang. Ja, ja, ja. Habe ich's? Ich brauche jetzt für die gute Pushen, die Pushen, die Pushen, die Pushen. Ich halte rechts, ich halte rechts. Links, links, links Gang. Ja, dann bist du rechts, Bruder. Ich bin so ein Ehrenloser wie ich spiele. Gleich verbesserte, gleich verbesserte. Ein Kill. Ein Kill. Habe ich? Verbesserte, du, 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 Jack. Jetzt kommt, weißt du, was jetzt kommt, Jack? Weißt du, jetzt kommt. Willst du's erleben? Willst du's erleben? Recht, Jack, recht, Jack, recht, Jack, recht, 6. Die kommt, die kommt, die kommt, die kommt durch, die kommt durch, ermessert habe ich's. Jack, noch ein Kill, noch ein Kill. Nicht auf dein Ernst, warte mal. Wenn ich jetzt sterbe, Jack, ich spiele daschen. Ich spiele wie der größte Camper. Ich halte links, du haltest rechts, du haltest rechts. Jack, ist einer. Habe ich's? Hä, der ist einfach gespawnt, Digga. Ein Kill noch, Jack, ein Kill auf Ehre, auf Ehre. Jack, guck mal hoch. Vorbei für die. Vorbei, Jack, vorbei. Vorbei. Die können durchdrücken, die können durchdrücken, durchdrücken. Einfach durchdrücken, Train. Ja, kommt einer? Einfach durchdrücken, Bro. Einfach durchdrücken. Einfach durchdrücken. Yes. Oh, Bruder, schau mal, wie die Killstreak da unten links ancheck. Oh mein Gott, ich bin so ein Ehrenloser. Ich bin so ein Ehrenloser. Okay, ist aber bodenlos, wie ich spiele hier. Ich muss es eigentlich mal hochladen als Gameplay und sagen, so, da pusht einer? Auch tot. Ich töte mich selber, Jack. Ich habe mich einfach selber umgebracht gerade. Weil sie mich pushen, dann kommt mein Killstreak auf mich auch, weißt du es mal? Rechts, 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 rechts. Ja, rechts, 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 rechts. Rechts. Ich bin tot. Bruder, diese Bot sterben einfach nicht. CBR, was geht? Gehst du los, CBR? Was war das gerade? Ich schwöre... Hä? Bruder, wie viel schluckt der? Hallo? Ich sage dir, diese stelle CBR, Multiplayer ist nicht normal, wenn du da hinten stehst. Jetzt stehen die alle dort, Jack. Die stehen jetzt alle dort. Aber die MCW ist besser als die andere Waffe. Schmeiß auf die Minen da rüber. Ja. Einfach Minen da rüber spreißen. Die werden da sterben. Sind da immer noch? Ja, ja, die sind immer noch da. Die sind immer noch da. Ja, ja, die sind immer noch da. Die sind immer noch da. Alle toten. Da ist noch einer. Jack, da ist noch einer. Hab ich. Bruder, was passiert hier? Gleich noch eine Mine erteilt. Das ist noch mehr. Oh mein Gott, ich bin tot hinter mir. Ich werde Thermabank gleich bekommen, wenn ich dort stehe, gell? Ja, Alter. Entschuldigung, aber alle anderen machen auch so eine Scheiße. Warum soll ich es nicht machen? Ja, ja, ja. Er hat Glitcht. Er hat Glitcht, Jack. Merde. Noch eine Mine. Rechts. Tot. Bist du drüber? Ich komme drüber. Ich komme drüber. Die Mine, wie die hier liegen. Warte. Wo? In Call of Duty. Was hast du gemacht? Rechts, Jack. Rechts, 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 rechts. War selber getötet, weil meine Mine mich tötet. Da ist noch eine Jack. Sind so schlecht geworden. Bruder, rechts. Die kommen alle von rechts bei dir. Mine rein. Ich komme gleich wieder auf Killstreak. Warte, rechts, 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 rechts. Rechts. Nein, 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 die Mine. Bruder. Jack hinter dir. Hinter dir. Dein Ernst? Er hat uns gerade alle getötet, weil keiner sich umdreht. Haram. Ich bin genau gestorben, wie gesagt, hinter dir. Der ist dort gespawnt, glaube ich, der Bot. Ja, die Spawn die ganze Zeit hinter mir. Das ist ja schon eine... Er hat gesagt, hinter dir. Alter, nein. Du kannst auch nicht mehr hingehen. So logisch. Was ist vorher passiert? Auf Call of Duty oder wo? Genau, der andere Messer hat mich verhört. Das ist jetzt. Nein. Das ist so. Ich friss die Mine. Alter, was hast du gemacht? Er messert mich. messer deine mutter nicht mich ich komme nicht mehr rüber die sind hier bei mir aber ich komme nicht rüber die halten den punkt so krass ja schon was wir nur ohne sohn er ist der links da wo wir immer waren ich kann nicht mehr hingehen die halten das so krass ist da ist keiner mehr doch ist immer noch einer du hund wer bist du das ist meine location bro jetzt mal location hier kommen tropis ist denn ich schaue rechts die müssten recht sein eventuell spawn weil was hast du gemacht angeblich cheaten dazu gut wahrscheinlich cpm was machst du alter so gut oder jack was passiert ja junge ich mache in der runde gleich 100 kills glaube ich das recht 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 von dir jetzt fangen wir an mit dem scheiß zu spielen nicht rauch gas kann hatten recht 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 minenreich schmeißen nein ich muss mir nachladen ich habe sogar zugeschaut wie er sich umgebracht hat und dass ich dachte ich habe ich gesagt nicht dein ernst scheiße man es wäre jetzt ein killstreak gewesen nicht nachladen bei sowas immer waffe wechseln bist du langsam im nachladen vertrau es bringt nichts nachladen ach so weil ich dachte du kannst dich nicht mehr töten den typen ich habe gesehen auch noch wie du mit dem fight ist ich war genau hinter dir er hat mich einfach getötet oder wie sie unbedingt da rein und einfach hinter mir warum so eine scheiße digger nicht dein ernst cpm was hast du gemacht und dass man bezwсть ist als den團 essere ge Creed kann navega abent prevail hat auch alle rev ys mm sind economy das ist erstmal kaputt sein muss man nicht einfach mir einschmeißen bringt nichts ja ich auch nicht aber ich habe dann jetzt am ende kannst du spielen wie du willst aber wenn ich kämpfe ist warum kämpfe ich alle anderen dürfen kämpfen jack immer so ich schwere immer so der ist one shot da jetzt ich kann mal die runde nicht pass auf ich kann man nicht okay ich kann mal nicht ob es dann immer noch heiß ich kämpfe ich werde diese runde keine kein augenblick stehen bleiben ich kann es auch so aber immer bruder alle tot war da rechts hatte die medien abin die med hinter dir der links habe ich andere seite ich muss kurz auf die andere seite übergehen habe kein leben ganz gut jetzt tot wo alter was ist das für eine waffe cpm was passiert schaue ich spiele ohne kämpfen auf killstreak ich brauche muni doch muni jetzt habe ich muni jetzt gehe ich wieder tot oder was passiert hier kurz vor killstreak kurz vor killstreak da war gegner gerade nein es war die med oh mein gott und hat nicht dein ernst wir warten zu den ein kill ein kill vor killstreak jake ein kill vor killstreak cpm dieses spiel lässt gegner neben mir spornen oder was was ist das für ein schrott gegner das sind so viele gegner check bruder was mein problem ist muss immer wie lauten ganz zeit hat dieses komische das glück tot ich muss ganz viel laut wo ich munition abc bern das ist so dumm von mir das ist typisch ich ja genau schaut dann l l l l l oschen l l oschen da ist er l o noch Hier rüber. Da ist Gamer. Hat er mich gesehen? Er ist da drüber. Bruder, du bist tot. Bruder, ich kann auch so spielen. Das ist nicht das Problem. Schaut ein bisschen aus wie ADS, aber... Aber, Bruder. Shotgun wieder. Ficken! Ich sterbe nur durch Shotgun-Spieler, Jack. Stirb. Hinter mir. Da habe ich. Nachladen? Nicht nachladen. Ich habe keine Zeit für nachladen. Habe ich. Verstehst du das? Ich meine, ich kann auch so spielen. Alle denken immer, ich muss Campen spielen. Da ist einer. Wo ist er, wo ist er, Brie? Hä, wo ist er? Habe ich. Bruder, Jack, was passiert hier? Chang'n Jim Max. Wie geil sie das immer sagt. Da ist... Nein. Da. Bruder, beide. Beide! Oh mein Gott! Rein! Rein! Hinter dir, Jack. Das ist hinter dir. Aram rasiert. Andere Seite. Hier. Rasierung, 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 Rasierung. Habe ich. Meine Waffe. Ich habe Waffe. Alter, Aram, geh mit deiner Waffe. Bruder, was mache ich hier? Mach. Ich will meine Waffe wiederhaben. Erfreck dich mit deiner Shotgun, du Hund. Ich will deine Shotgun nicht. Nur weil ich mir eine beschissene Shotgun aufgehoben habe. Und die Waffe ist aber richtig Zuckerweapon. Zuckerweapon. Ich schwöre Zuckerweapon. Da kommt deiner Jack. Der holt mich beide. Bot. Tot. Let's go. Rasieren. Gibt es denn so? Was ist das, was mir fehlt in dem Spiel? CPM? Schnelleres Nachladen. Schnelles Nachladen mache ich. Tod habe ich. Schnelles Nachladen mache ich. So brutal. So wie damals Call of Duty Zeiten. Wo du so brutal schnell nachladen konntest. Weil, Bruder. Nicht dein Ernst. Zwei Leute. Was ist das? Was ist das, was ich meine? So brutal schnelles Nachladen fehlt mir in dem Game. Schau den an. Welcher Opfer spielt in der Map diese Drohnen, die du schmeißt, Jake? Was bist du hinter uns, Jake? Hinter dir. Wer spielt sowas? Wie? Ich weiß nicht. Da ist einer mit Shotgun drin. Weil das Problem ist, ich muss immer wieder nachladen. Tod habe ich. Darüber. Da kommt einer, Jake. Hier kommt einer. Da. Nein, ich bin an ihm vorbeigesprungen. One Shot. Ist da jemand drinnen? Da ist noch einer drin. Da läuft er an uns vorbei. Bruder, das war mein Kill. Danke, dass ihr Clouds. Der über die links. Ja. Der stürtet sich auch noch mit Shotgun. Nicht dein Scheißernst. Da kommt einer. Abin. Löschen. Löschen. Spiel löschen. Da rein. Woop, woop, woop. Darüber. Teamate, 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 Teamate. Schau, schau, schau. Ich sehe ihn, ich sehe ihn nicht. Schau diesen Bot an. Schau, wie er sich bewegt. Schau, wie sich dieser verdammte Scheiß-Bot bewegt. Lösch dich. Lösch dich, Bruder. Du bist ein Scheiß-Bot. Ich bräuchte etwas Schnelles zum Nachladen. Brutal ist dieses, 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 dieses. Bruder, ich brauche so ein Crack-Nachladen. Verschiss das, ich meine. Crack-Nachladen brauche ich. Das dauert alles so lange beim Nachladen. Habe ich, Jake. Alles gut. Der rasiert alle Rasier-Check. Und Shotgun. Ehrenloser Hundesohn. Ehrenloser Hundesohn. Ehrenloser Hundesohn. Brustlichen, Alter, der langweil so hart. Wie seine Scheiß-Mutter. Es sind zwei da. Es sind zwei von denen. Da rüber. Die sind alle bad, Jake. Ich schwö, die sind alle so bad. Ich schwö, die sind bad. Drohne raus. Rein. Hier. Da rüber. Ich hätte die gerade aufgehoben. Du musst mal meine Waffe spielen, Jake. Rasierungswaffe. Rasiert. Löschen. Löschen. Ich muss rüber. Das schaut aus wie ADAS, gell? Seid mal ehrlich. Schon mal. Er weiß gar nicht, was er machen soll. Moving, moving. Der ist tot. Hier ist noch einer. Ja, genau. Stiebt es halt nicht, wenn man auf euch schießt. Stiebt es halt nicht. Keine Ahnung, was er macht. Er wollte lutschen, aber er hat nicht geschafft zu lutschen. Ich habe keinen Muni mehr. Nachladen. Jetzt weiterlaufen. Beide mit Pumpkan, ey. Willst du mich verarschen? Der eine hat mir so gut und so gut. Ja. Diese schnelle Movement, meinst du? Ich kann nur spielen. Das Problem ist, weißt du, warum das Problem ist an dem Spiel? Nachladen dauert zu lange bei dem Movement. Ich muss schneller nachladen können. Tod. Rüber. Alle denken, ich campe nur. Tod. Wo ist der andere Brie? Tod! Und wer hat jetzt...